Leomers, cause I'm an Albert Schaus Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo, denn wie ihr seht, Gamer Group hat seine eigene Internetseite So, auf dem... oh... Moment So, ähm, was ihr hier seht ist natürlich, ja, unser Kanal Ähm, unsere eigene Internetseite läuft jetzt endlich ab Hier im zentralen Bildschirm könnt ihr die PC-Aufnahme sehen Einmal, ich scrolle mal eben so runter, so, hier könnt ihr alles sehen Das ist teilweise jetzt noch hier so, hier könnt ihr uns abonnieren Hier kommt ihr zu den Parallelkanälen Hier kommt ihr zu Minecraft Feed the Beast im Moment Dann haben wir hier Don't Starve mit mir Kommt natürlich auch später noch was hier Hier oben haben wir die About-Linie Ach, was ich euch noch sage Unten rechts, ähm, seht ihr Hier, ich zeig's euch eben hier, die Handyaufnahme Läuft auch, ne? Wir haben, ist auch so, eigenes über Apps hier Kann auch mal sehen, auf Home und About Also, hier sieht man auch noch mal Hier können wir uns abonnieren Hier zu den Parallelkanälen Hier könnt ihr zu den Let's Plays Und wir gehen jetzt einfach mal beide auf About Hier auf dem Handy und oben Äh, hier So, wir sind jetzt drauf So Über uns Ich kann's ja mal eben hier zeigen Über uns Hi, wir sind die Gamer Group InCube99 Der Robin Jenselord Jens Leon Die Suchtis Mick Und Mr. Master Bei Simon Viel Spaß auf unserem Kanal Ähm, zum einen könnt ihr auch noch mal hier abonnieren Und zum anderen Wenn ihr Fragen an uns habt Dann schickt uns einfach eine Nachricht Hier könnt ihr euer Name eingeben Da eine E-Mail Und Einfach reinschreiben PS Ich verdiene zwar daran jetzt kein Geld Aber diese Website wurde Ähm, mit Wix erstellt Deswegen steht dort oben auch Könnt ihr hier auf dem Handy sehen Äh, Leon mit Simon Robin So, das ist, das ist unser Alles drum und dran At Gamer Group Und, ja Punkt Wix Punkt Wix.com Deswegen würde ich euch empfehlen Einfach unten in die Infobox mal reinzugucken Dort wird das auch stehen Ansonsten ist das noch mal auf dem Auf dem Handy Kann ich das zwar nicht verlinken Aber Ähm, oder? Doch, ich kann glaube ich eine Infokarte reinhauen Vielleicht geht das Mit der Infokarte Ansonsten Ähm Wird dort irgendwo gleich noch mal so ein Knopf Knopf sein Irgendwo ein Knopf Äh, da könnt ihr einmal draufklicken Dann kommt ihr hier zur Seite Ansonsten Würde ich sagen Äh, war's das schon Also, danke schön fürs Zusehen Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt Und Wenn ihr uns unterstützen wollt Dann schreibt doch einfach mal hier Bei den Nachrichten Einfach mal rein Es geht Auf dem Handy geht's auch Wir bekommen das dann einfach An unserer Postfach Dann An unsere E-Mail Adresse Die wir dort haben Und Sonst würde ich sagen War's das auch schon Dankeschön fürs Zusehen Und Ich hoffe Wir sehen uns auch das nächste Mal hier Wieder Auf der Gamer Group Bis dann Und Ja Tschüss Siegowski Abonnieren Tschüss Zit